Prost, 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 Pr Sehr gut! So, Nächste! Muss Martin machen wie so ein Rucksack. Und los! Eins, drei, vier, sechs, sechs, sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht, sieben. Vier, 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 Sechze, Säte, 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 S 36 Wenn die sich hängen bleibt, knallt die auch vor. 10 15 16 17 18 21 22 23 24 Martin, 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 Martin! Und der Sieger des heutigen Tages ist EIS, Martin, Martiiiis, Jeeey! Riesenapplaus auch an die Kinder. Unheimlich spannende Geschichte. Das letzte Spiel musste entscheiden. Ich wünsche euch viel Spaß und wir applaudieren ganz gerne den Sieger natürlich, Martin. Weltklasse! Vielen Dank!